und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde war thunder mit dem sascha zusammen und wir spielen bodenangriff cliff coast leichte fahrzeuge muss man ja auch noch beachten sondern schauen wir mal hier starten wir mal in die sonntagsfolge müsste ja ist die sonntagsfolge also sonntags oder montagsfolge weil jetzt gar nicht gerade nicht ich glaube dass die montagsfolge kommt denn da so viel zuerst mal dass man eine drehung machen ganz gemütlich auf die blauen warten und auf den grünen vor allen dingen kann als erstes abgeschossen werden weil ich sagt auch fliegen wir in den reihen kommen wo kommt die denn alle wo selbst in der grüne was haben wir denn hier noch mal ein ziel kommt kommt hier gerade irgendwie kommen oder der neid wohl stellte verletztes dreh von der herde getrennt neid wo es erst mal spurzflug hier mit mit drehung jetzt hört mich einer fast rasiert auch schön da ich drehe lieber ab da sind zu viele blaue hinterher wollen wir ja nicht dass da wieder ein abgeknallt wird naja mir werde mich gerade schon wieder fast einer reingeflogen da will einer was von mir oder will einer was von mir wo der da der wiese kammer dreckiger lump was wollen wir doch mal sehen ich treffe wieder wie ein junger gott also gar nicht tschüss war dann abgeschossen sauer ich habe den daniel daniel for you abgeknallt so was mit dem thema da wir wollten vollkommen angeflogen ganz viele roten mitten rein irgendein triffste immer den thema habe ich auch immer schon mal getroffen von vorne da habe ich schon mal mitgegeben mein freund kupferstecher ich habe dich schon da kommt ja ich bin ja vorher wäre meine kompäre ich da kommt auch schade ja egal kann ich mal die abschlusshilfe wer schießt denn da auf mich ne bombenbräule verschämt so jetzt kommt die jak jetzt kommt die jak wieder zum einsatz was wie eliminiert sie also kann er bleiben für der erste achten mal der daniel for you so was ist denn hier wer schießt denn auf mich dich hier viel liebe ja du idiot selten blöder blauer gott da fliegt er mir von hinten rein ich wollte sich aus ach verdammt jetzt habe ich auf dem pop market mein sound kurz ein bisschen unterschrieben ist denn da schon mal los schreit er mich an so was haben wir jetzt hier ja ein bisschen runter dankeschön ist ja das platt ist denn einfach was denn nötig oh mann ey schwanerei keine mehr da für mich hier muss man ein paar boden siegeländer schon da hinten ist so einer bei unserer basis was ist denn da los mal gucken geh oh da kommen sie schon wieder oder alle leute ich bin gar kein bomber geht doch weg ja der meh emmt da sind es schon zwei stücken hinfliegen mal ein bisschen stoff geben wo haben wir jetzt hier ja da werde ich ja schon unter beschuss hier oh der leonid robot bulldog xpl oder ne hier waren doch grad ganz viele bodenziele was ist denn hier los aber ich seh da auch einige ach sieht schon wieder auf oh der bordschütze he der geht ja ab oh schade aber noch ne boden einer mit so was freches hier gehen wir den marco links komm ab kitzschter treffer kitzschter treffer so kumpel was sind die wieder was sind die da frech hier einen hab ich schon mal kitzsch getroffen ne da heißt einer Cisco Cisco mit S was war von uns aber achso von uns ja hab ich dir nicht abgeschossen hey was schießt du auf mich kumpel war ich dir da aber zwei aufschlusshilfen schon oh du hast da irgendwie ein bisschen company ich komm mal da rüber ich komm mal da rüber oh oh bisschen company ist gut drehen sturzflug ja warte schnell über die wasserlinie hab ich dir gleich vom Bug geschossen hier der der mhm war wieder grandios oh 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 da fliegt der fast in mich rein blöder hund hätte ich jetzt was gesagt der ist um abgestürzt ja du gesicht ich hole dir den da mal hin grad vor den Hacken das ist ja schön ja du gib mir da ein bisschen ich stills ab ich kann nicht mehr lenken ach komm ey mancher fühl ich ja die echt geil ne manche die da ballaste wie so einen wahnsinnigen in den rein und triss du weißt ich wie oft der brennt doch schon holen doch runter mit dem miniflugzeug jetzt auch treffer treffer du gehst drauf lalalala scheiße das habe ich gar nicht gesehen für mich auch geknallt und abschosshilfe ja ja ich glaube den haben wir gerade runter geholt der dich abgeschossen wird die anderen beiden die dann noch rumfliegen kriegen sie das mal weil das brache als strafe mal der da hier du ha 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 oh das ist aber kein schön was los hier ach Sturzflug abschus hilfe là da 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 fährt der werden drägen fast schon wieder darf nicht rein gewinnen da so wenn haben wir denn auch der will doch nicht schliegen hallo so der kraft in 37 die beschuss von den krieg hier du frechdachs so ich habe gerade abgeknallt so weiß man manöver hier kommen die waffe klemmt schon wieder scheiße hier haben wir jetzt die ganzen roten abgeräumt hier ich komme da kommt mir gerade einer entgegen hallo treffer 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 wo ich treffe ne hammer gibt es gar nicht hinterher wohin des wegs naja dann kriegst du aber da kommt noch einer entgegen hallo hinter uns sind wieder welche wir sind zwei stück habe ich ihn erwischt drei sogar look what we have here auch der kemal wieder eventuell kommt jetzt hinter dahinter gleich auch noch ein jetzt ist meine muni alle ungünstig ganz ungünstig bist du jetzt in mich reingeflogen fast wie hat der mich jetzt kritisch getroffen der war gerade noch vor mir ach komm ja munis alle die wetter mit nachladen ja aua 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 drecksack das ist wieder überhaupt nicht meine runde obwohl ich ziemlich weit oben bin aber aber ist denn da wieder auf mich ich weiß welcher beschädigt auf dich fließt aber ich glaube ich weiß nicht wie sie schneller hinkommen nicht mit dem commander hier jetzt einfach mal eine richtung fliegen dann kriege ich den auch ja jetzt haben wir den spieß wieder umgedreht hier du na ich glaube nicht ne das war ein anderer ich würde gerade vermehren bevor jetzt nicht gerade hilfe schade naja ach was hat der denn für ein strammflügel so dann holen wir mal hier unseren tschüss Kemal Penner weg mit dir so mich gerade abknallen wenn wir gerne so was haben wir denn was haben wir denn da was haben wir denn da ein bisschen auch freunde nicht frech werden da hinten ah guck mal da her was ist denn mit dem komischen leo deo hast du nicht gesehen machen wir doch mal ein bisschen grüßen hier das ist ja der hammer echt ich treffe den die ganze zeit ich krieg den nicht abgeknallt wir abschusshilfe wiedersehen soll nicht zu fassen den daniel ich treffe den die ganze zeit schon ich bin nicht abgeknallt jetzt ist es der erste soll jetzt haben wir erstmal wieder die die hackordnung wieder hergestellt hier geht ja mein hammer da ich will doch nicht fliehen was ist denn mit dem ne der nightwolf der kommt grad da schön in die richtung hallo oh und da kommen die ganzen lauten nicht wegfliegen ja komm doch her fliegt der weg dann nehme ich den anderen roten der von der seite kommt hallo na 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 warte ne du frecher hund wenn ich ihn jetzt noch treffen würde wäre das ja wieder ah jetzt habe ich dich jetzt habe ich dich erwischt du schmutzbuckel ich höre die ganze zeit schon jetzt fliegt der auch noch jetzt fliegt der auch noch weißt du sind da wohl wer schämt oh hier den berg hoch fliehen da kommt ein berg da kommt ein berg da 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 Ja da ist es doch will ich mal sagen eine sehr schöne 36 promiss kinda tradada da 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 oh fertig Shadow Strike, Windstreak. Achterball hab ich gekriegt. Oh, mein Jäger. Oh, mein Jäger ist fertig. Best Squad, Terror des Himmels, hilfsbereit, Kultus, was? Kultus so? Kutus of Orden. Dritter Klasse. Uh. Und ich hab das Flugzeug ja erforscht. Ich hab jetzt drei Viertel geforscht von dem Flugzeug. Die SU-2, Freunde. Nicht schlecht. Ja, die möchte ich gerne kaufen. Dankeschön. SU-2, aber ich weiß noch nicht, was ich jetzt... Moment. Die werde ich jetzt nämlich für den hier reinpacken. Zack. Ich werde als nächstes... Sauber. Sauber. Und dann wären wir jetzt mal hier... Die hat auch 2,0, ne? Oder ich forsch den hier. Auch 2,0. Forschen. So. Und was haben wir hier? Dort haben wir... Die forschen wir jetzt. Das können ich kaufen. Und das könnte ich... So, machen wir hier. Neue MGs. Forschen. Forschung kaufen. Verschüden. Okay. Okay. Ach, das ist ja auch eine von den Neuen. So, jetzt muss ich mal gerade hier... Ist der das jetzt am forschen? Ja. Okay. Okay, 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 okay. Bomben sind erstmal noch witzlos. Gut, 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 gut. Jetzt müssen wir kurz gucken. Was habe ich denn... Ich bin gespannt. Da habe ich noch nicht alles erforscht. Was ist denn mit der? Habe ich da schon alles erforscht? Ah, jo. Ja gut, von der habe ich jetzt alles erforscht. Das heißt, die kann man dann rausschmeißen. Dann nehmen wir nämlich den anderen Jäger. Ja, natürlich. Ja, ich habe jetzt auch erstmal ein bisschen umgebaut. Ähm, dann nehmen wir jetzt dann den... Testhalber. ...den SU-2. Ach ne, das ist ein Bomber. Das ist ja Blödsinn. Ich habe jetzt nämlich gar keinen Bomber mehr drin momentan. Nö. So einen zusätzlichen Jäger. Mal gucken, ob der... Was ist denn bei dem noch? Ach, da muss ich auch noch etwas erforschen. Na gut. Na gut. Aber dann beenden wir die Folge wieder. Und wie immer sagen wir, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst ein Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. War Thunder. Tschüssingen. 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 Tschüssingen.